So moin und herzlich willkommen zurück hier mal wieder zu einer weiteren Folge ETS 2 und zwar jetzt schon mit dem neuen Patch der gestern also am Mittwoch dem 7.9. erschienen ist es handelt sich um den Patch 1.25.1 oder 1.25.1 je nachdem wie man es formulieren möchte wir befinden uns hier auf der Standard Map weil wichtig für alle die die TSM Map fahren und ich glaube auch bei Pro Mods oder bei den meisten Mod Maps wenn nicht bei allen wird das der gleiche Punkt sein die funktionieren natürlich noch nicht auf dem neuen Patch deswegen sind wir auf der Standard Map unterwegs aber ich wollte es mir einfach mal anschauen mit den Änderungen die da sind zu diesem Zweck habe ich mir auch mal also habe ich einen neuen Spielstand quasi angefangen habe so ein bisschen Ersparnisse genommen und habe mir einen LKW zugelegt viele Leute haben immer gesagt fahr mal Mercedes und ich hatte auch immer Bock Mercedes zu fahren und deswegen fahren wir jetzt mal eine Zeit lang mit Magdross hier über die Standard Map und schauen einfach mal Mods ganz wenige drin ich habe weiterhin den Route Advisor die Leute fragen immer Route Advisor ist diese kleine Geschichte dass wir das Navi da oben haben respektive ausblenden können zack dass das da oben steht ich da bedingt dadurch der kleine Außenspiegel ich habe ein bisschen Traffic Verkehr noch drin ich habe für den Mercedes einen anderen Sound drin und ich habe natürlich ein paar Auflieger Pakete drin oder ein Auflieger Paket drin ansonsten eigentlich großartig nichts anderes so wir steigen mal ein in unseren LKW hier logisch auch hier die normale Standard ich habe also auch keine Tuning Pakete für drinnen keine Tuning Pakete für draußen weiter einfach nur ganz normal und jetzt kommen wir mal zu einer der wichtigen Neuerungen wenn wir hier mal durchschalten mit F4 das kennt ihr mit der Beleuchtung dann haben wir die Spiegeleinstellung und hier bei der Sitzeinstellung haben wir jetzt rechts wenn ihr da hinguckt hier können wir jetzt das Lenkrad einstellen das heißt mit H und B kann ich das Lenkrad näher an mich ran ziehen und weiter weg schieben quasi und mit G und V kann ich das Lenkrad kippen so was noch neu dabei ist was ich jetzt gar nicht zeigen kann aber das könnt ihr euch vielleicht denken es sind ein paar neue Lackierungen noch mit dabei ja ihr seht also hier jetzt schon wenn ihr meinen Truck nochmal anguckt das ist also quasi mein Firmen Logo also das habe ich ja nicht selbst gemacht das ist ja vorgewählt vom Spiel das könnt ihr wenn wir hier das ist also das Firmen Logo der Blue Ice Logistics und da gibt es also einen ganzen Satz neue Lackierungen können wir vielleicht in einem der nächsten Parts nochmal mit durchgehen oder ich fahre jetzt nochmal zur Werkstatt hin so äh Hauptsache oder der Hauptteil wir fahren wir sind hier in Hamburg natürlich damit geht es schon mal los und wir fahren natürlich Flurförderfahrzeuge wie man am Auflieger schon erkennt der Auflieger ist halt nicht standard der ist halt ein Aufliegerpaket das kennt ihr ja sicherlich schon das habe ich einfach mal mit rein gemacht weil es dann doch immer ganz schön aussieht weil da schöne Auflieger dabei sind so wir fahren von Hamburg nach Stuttgart wie gesagt Flurförderfahrzeuge und ich würde sagen wir legen mal los und dann halten wir nochmal an den nächsten Werkstatt an und dann gucken wir uns mal eben schnell die Lackierung an weil da gegenüber ist auch schon eine Werkstatt mir gefällt das Lenkrad noch nicht ganz so wir werden das so ein bisschen runter klappen zack zack wird noch ein so denke ich das muss halt jeder dann für sich selber machen wie einem das gefällt ja nun aber auf hier auch her Fernungsfahrer so dann machen wir eben nochmal schnell Zwischenstopp an der Werkstatt so 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 und dann gucken wir hier auf Rüstung und in den Lackierungen und da seht ihr also wir haben hier diese Reels of Progress haben wir jetzt im Moment und da gibt es hier für jedes Logo was da vorgegeben ist halt eine eigene Lackierung die man dann immer auch noch so ein bisschen abändern kann ja gut 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 da oben das waren sie glaube ich schon ich weiß gar nicht ob die hier noch neu sind auf jeden Fall das sind halt die neuen Lackierungen aufgrund der Logos die es da gibt wir berechnen wir berechnen das jetzt natürlich ab und ich bin mit der Lackierungen eigentlich relativ zufrieden ich wollte ihn ein bisschen weißer hinkriegen aber ich habe ihn irgendwie nicht weißer hinkriegt deswegen haben wir so ein Silber Silberweiß warum mache ich den Motor jetzt aus keine Ahnung so jetzt aber auf nach Stuttgart da fahr ich natürlich ungern hin aber ne gewiss Terminfahrt aller Herren Länder kennt er hier passt super lange durch hier passt super lange durch wir passen super lange durch hier 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 Ja, heute mal ein bisschen Reggy, auch angepasstes Wetters. Es ist ja immer noch so fürchterlich warm insgesamt. Und das wird irgendwie auch nicht viel besser, deswegen heute mal ein bisschen Reggy. Chaka, chaka. Ich sitze hier auch ohne Hose, also seid froh, dass keine Kamera läuft. Wir werden jetzt, wie gesagt, auch mal ein bisschen auf der Standardmap unterwegs sein. Zwischendurch kann es auch mal durchaus sein, dass ich da mal ein bisschen zurückpatche, um auf der ETS weiterzufahren. Aber ich dachte mir, wir fahren auch mal ein bisschen auf der Standardmap an. Und für sich ist das auch nicht so verkehrt, weil man da eben auch mal diese externen Aufträge... Wir werden also vorrangig diese externen Aufträge mal fahren. Und ich denke, Kilometerfressen tut man auf jeder Map. Die TSM-Map bleibt meine Lieblingsmap. Und sobald da eine neue Version raus ist, wird die natürlich auch wieder gezogen. Da müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Das ist völlig klar. Aber hier auch mal auf der Standardmap. Und ich habe mir neulich auch mal wieder den Multiplayer angeschaut. Ich habe da so das ein oder andere Problem gehabt. Irgendwie, dass es nicht richtig funktionierte. Mit dem neuen Patch habe ich es jetzt noch nicht versucht, weil ich da... Nee, mit dem neuen Patch habe ich es versucht. Das ging... Nee, ging nicht so rum. Völlig durcheinander. Nein, denn der Server ist bisher noch nicht auf den neuen Patch angepasst. So. Ich habe es aber mit dem neuen Patch, mit dem Spielstand vom Multiplayer halt alleine im Singleplayer versucht. Kann man ja machen. Und da ging also alles. Weil unter dem alten Patch ich hatte, das konnte ich die ganze Zeit gut fahren. Aber sobald ich irgendwo in Rostock auf eine Fähre wollte, ist mir das Spiel gnadenlos abgekackt. Also ohne Mods, ohne alles hat sich gnadenlos aufgehängt. Und ab da, wenn ich versucht hatte einmal auf die Fähre zu fahren, dann immer wieder. Dann konnte ich keine 5 Meter mehr fahren. Ich habe das neu installiert und alles keine Ahnung, woran das gelegen haben könnte. Das funktionierte zumindest im... Ich habe sogar das Profil mal gelöscht und neu gemacht. Neu installiert, ging gar nichts. Und das funktionierte nach dem Patch. Allerdings kann ich dann nicht mehr versuchen, ob das auf dem alten Patch noch funktioniert, weil ich ja keinen Spielstand hatte. Das Tolle ist ja, wenn man einmal im neuen Patch den Spielstand gestartet hat, sagt er immer, ist nicht bitte Patch das Spiel. Aber lange Rede gar keinen Sinn. Sobald der Multiplayer dann auch angepasst ist auf den neuen Patch, werde ich mich auch mal wieder endlich in den Multiplayer-Modus stürzen. Ich weiß, ich werde es wahrscheinlich irgendwie nach einer halben Stunde bereuen. Aber ja, vielleicht wird das ja was. Ich würde mich mal freuen, wenn du und ich vielleicht auch mal eine Tour zusammen machen. Ja, sowas ist dann kurzfristig. Ich weiß nicht. Ich könnte ja mal sagen, wenn ich Bock drauf habe, wenn ich jetzt sage, ich fahre jetzt hier... Oder heute habe ich mal vor, ein bisschen Multiplayer zu fahren. Habe ich da was auf Facebook schreiben soll? Oder ein großartiges Ankündigungsvideo? Wäre Blödsinn, weil das immer recht kurzfristig ist. Oder es ist vielleicht etwas hochgestochen? Oh, toll. Ey, geil. Ich mache jetzt ein Ankündigungsvideo. Blue Eyes fährt jetzt im Multiplayer, kommt alle her. Also müssen wir mal gucken. Wenn ich im Multiplayer unterwegs bin und man mich irgendwo sieht, Blue Eyes, Micha, ist ja nicht schwierig zu erraten oder was, dann könnt ihr da natürlich gerne mitfahren. Habe ich überhaupt gar nichts dagegen. Also könnt ihr euch gerne anschließen. Gar kein Ding. Tut mir nur eingefahren. Obwohl, das ist wahrscheinlich vergebene Mühe. Fangt da nicht an zu trollen, irgendwie ständig vor mir rumzufahren. Mich wegzurammen, weil das ja so toll ist, im Video jemanden wegzurammen. Oder weiß ich nicht. Also das muss nicht unbedingt sein. Aber wenn ich grundsätzlich unterwegs bin, würde ich mich natürlich sogar freuen, wenn der ein oder andere sagt, klar, habe ich Lust zu, fahre ich gerne mal mit. Aber dazu müssen wir erstmal warten, bis der neue Patch auf dem Server angekommen ist und wie das alles dann funktioniert. Welchen LKW ich da fahren werde auf dem Multiplayer, weiß ich nicht. Aber, ja, es wird wahrscheinlich entweder, ja, super, es wird entweder ein DAF sein. Ja, egal, ich weiß es nicht. Ja, ich würde dann sowieso, ich habe ja wie gesagt ein recht frisches Multiplayer-Profil dann noch, weil ich hätte das alte ja leider gelöscht. Weil ich dachte, damit würde der Fehler vielleicht behoben. Also je nachdem, ne, ihr könnt es an dem Namen ja sehen. Und dann spreche ich mich gerne an. Funk ist eigentlich auch immer an. Auf dem normalen Kanal, ich weiß gar nicht, ist das 19 oder was? Ja, also wenn ihr dann mit dem Funkgerät funkt, dann müsste ich auch anzusprechen sein. Oder schreibt es rein, wie auch immer, schließt euch gerne an. Ich weiß aber noch nicht, wann das passieren wird, aber es wird wieder kommen. Ups, Entschuldigung. So geht Donnern hier weiter Richtung Stuttgart mit unseren Flurförderfahrzeugen. Ja, gleichermaßen ist ein Patch auch für American Truck Simulator gekommen. Was ich auch da festgestellt habe, dass meine From Coast to Coast leider nicht funktioniert. Ich hatte noch keine Zeit, mich da zu erkundigen oder nachzuschauen, ob da eine neue da ist. Und dann vielleicht, wenn wir auch American Truck Simulator, vielleicht im Multiplayer mal wieder fahren. Ich weiß, viele sind nicht so sonderlich begeistert von dem American Truck Simulator. Wobei ich sagen muss, als Flop würde ich es jetzt nicht unbedingt bezeichnen. Klar, das ist noch ein bisschen klein. Ohne Mods jetzt, es ist zu wenig Bundesstaaten, machen wir uns nichts vor, gar keine Frage. Aber das jetzt deswegen als Flop zu bezeichnen, weiß ich nicht. Und die entwickeln ja auch weiter. Und dann schauen wir mal, vielleicht treffen wir uns dann auch da mal. Wir werden das schon schaffen. Natürlich bringt mir im Endeffekt der ETS auch noch ein bisschen mehr Spaß. Ganz einfach, wir sind ja... Das ist so bekanntere LKWs und... Ich weiß nicht genau, wie man das beschreiben soll. Also das liegt irgendwie näher. Das ist so ein bisschen, ja, klingt doof, ist realistischer. Das werden vielleicht US-Amerikaner. Hallo. Das werden US-Amerikaner vielleicht anders sehen. Die werden sagen, oh, ich fahre lieber mit denen. Mir persönlich gefallen, aber ich liebe die USA. Das wissen einige von euch. Aber die europäischen LKWs gefallen mir eigentlich noch ein bisschen besser. Deswegen und auch eben wegen TSM-Map und wegen der Mod-Vielfalt habe ich für den ETS immer doch noch ein klein bisschen mehr übrig. Aber durchaus bringt mir der American Truck Simulator zwischendurch auch mal Spaß. Da haben wir ja wieder Videos von gemacht. Und auch den kann man natürlich super im Multiplayer dann mal machen. Ja, ich freue mich natürlich drauf, wenn die neue Version von der TSM-Map dann da ist. Und dann starren wir auch auf der TSM-Map natürlich wieder voll durch. Und ich denke mal, die werden da am Ball sein. Aber auch so Sachen wie Lenkrad verstellen kann und sollte man natürlich nicht verzichten. Ich habe jetzt vorher gar nicht geguckt. Das wird sicherlich auch noch die ein oder andere. Neuen DAF habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht geguckt. Es soll ja irgendwann demnächst noch einen neuen... Was, ein DAF? Ich glaube, ein DAF soll es geben, ne? Da habe ich jetzt auch gar nicht geschaut, ob der dabei ist. Wenn das einer von euch vielleicht schon weiß, kann er das ja mal reinschreiben. Aber das mit dem Lenkrad verstellen, das ist... Ja, was heißt Spielerei? Es ist natürlich ein bisschen Spielerei. Da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Inwieweit, kann auch hier bleiben, inwieweit das jetzt wichtig war, dass ich da jetzt ein Lenkrad einstellen kann. Ist so. Und sie geben sich ja Mühe, also sie patchen da auch immer weiter, bringen da neuen Stuff rein oder neuen Content, was ja auch lüblich ist. Manchmal denkt man sich natürlich schon, vielleicht patchen sie insgesamt ein bisschen viel, weil man immer diese Mod-Probleme hat, aber kann ja nun nicht angehen, dass der Entwickler sich drum zu kümmern hat, was mit Mods ist. Die hauen da natürlich was schönes Neues raus. Und man muss sagen, was die kostenlos raushauen, ist auch aller Ehren wert. Und da kann man sich dann auch ruhig mal ein DLC kaufen. Sei es jetzt die Packs sowieso, wenn dann im nächsten Jahr Frankreich DLC kommt, werde ich das auch ganz klar holen, gar keine Frage. Das letzte DLC war ja dieses Garnia-Maiti-Irgendwas-DLC. Ja, und da sagt man natürlich immer, ja, hier DLC und Geld. Aber wenn man echt mal guckt, was die, also was SCS da rausgehauen hat an kostenlosen Sachen, wo man durchaus hätte wahrscheinlich auch sagen können, wollen wir nie mehr Geld für. Ja, es gibt auch Schwachsinnig. Nein, Schwachsinnig ist falsch. Es gibt für alles Fans. Also diese Flaggengeschichte, gut, habe ich mir auch geholt, einfach um es zu haben. Ähm, aber ich habe mir halt noch keine Flagge angebaut. Ich bin kein Freund von irgendeinem Flaggen am Auto. Ne, aber gut, man hat's. Ich habe eigentlich so ziemlich alles von ETS, was da gibt. Ich habe jetzt nicht jede einzelne Lackierung, das nicht. Also irgendwo das chinesische Wildenten-Lkw-Lackierung interessiert mich jetzt genauso wenig wie polnischen. Ne, ihr wisst, was ich meine. Ein paar Lackierungen habe ich natürlich auch, die mir so ganz gut gefallen. Aber ich brauche da jetzt wirklich nicht jede. Aber alle gängigen DLCs, angefangen hat es, glaube ich, mal mit dem EAST, wenn ich mich richtig entsinne. Und dann kam das Schwerlastpaket und dann kam das Skandinavien und dann kam, wie gesagt, dieses Mighty-Scania-Ding und es kam das Kabinen-DLC. Also ein paar DLCs sind ja schon gewesen und die habe ich mir auch alle geholt. Das ist ähnlich wie beim LS. Da würde ich mir ja auch immer alle DLCs holen. Mach das Spiel einfach. Ja, klar gibt es immer viele, wie kannst du jetzt stundenlang die Autobahn abfahren, ohne dass es Action gibt. Ja, das ist ein Simulator, Leute. Ne. Das ist eben kein Ballerspiel oder whatever, wo irgendwie Action ist. Das hat man, um da so ein bisschen zu entspannen. Wem es nicht gefällt, okay, er muss es ja nicht spielen, aber warum immer dieses Gemecker, ey, wie kann man nur, wie kann man nur ELS spielen, wie kann man nur ETS spielen, wie kann man nur, um Gottes Willen, ja. Dann spielt weiter Counter-Strike oder Battlefield oder Call of Duty. Ist doch auch alles völlig in Ordnung, wenn ihr da drauf habt. Ne, aber um die weiten Bogen zum Multiplayer wieder zu schlagen, meinetwegen holt euch auch ein Autorennen-Spiel oder ein Crash-Derby-Construction. Aber bitte versaut nicht den Leuten, die Bock haben, die einfach vielleicht nach Feierabend oder zum Runterkommen auch mal im Multiplayer vielleicht mit Freunden mal eine Tour zu machen. Bitte versaut denen doch nicht das Spiel, indem ihr die jetzt abschießt und damit, was weiß ich, wie viele Kilometer die Autobahn hastet. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das finde ich einer der größten Fehler, die die gemacht haben, ist dieses Pkw reinzubringen. Ich habe noch nie im Multiplayer einen Pkw gefahren und ich habe auch schon, das muss ich auch gestehen, ich habe auch schon Leute gesehen, die das wirklich gut einbringen. Also die machen dann wirklich einen Konvoi und nehmen den dann als Begleitfahrzeug. Die machen das dann toll. Aber die meisten nutzen diese Pkw wirklich nur zum Trollen. Das behaupte ich jetzt einfach mal, das kann ich natürlich nicht wissenschaftlich belegen, aber das behaupte ich jetzt einfach mal, dass die meisten wirklich zum Trollen benutzen, weil sie damit schnell fahren können und andere dann nerven. Das ist Mist. Und da verstehe ich also auch den Sinn nicht, warum diese Pkw da reingekommen sind. Und da habe ich offengestanden, ein bisschen eins davon, was da noch kommt. Irgendwann stand ja mal im Raum, dass da dann Gliederzüge mit reinkommen sollen, womöglich mit Wechselbrücken oder so. Und dann sehe ich schon kommen. Und ich meine, ihr wisst, wie ich rangiere. Und jetzt stellt euch mich mal mit einem Gliederzug oder wie ich unter eine Wechselbrücke rangieren soll, was da los ist. Und da bin ich aber leider bin ich der Einzige. Und ich möchte fast glauben, dass da manche noch schlimmer sind. Und dann ist das Chaos, glaube ich, perfekt. Und manche haben ja wirklich nur, die wollen wirklich nur ärgern. Anders kann ich es mir nicht erklären. Wenn ich meinen Auflieger mitten auf der Autobahn oder in irgendeine Einfahrt hinstelle. Oder mit gefühlten 160 auf der falschen Fahrbahn, auf der Autobahn, irgendwo lang rushe. Ja, dann irgendwie die kleinsten Internetleitungen. Aber Hauptsache, ich habe 5000 Rundumleuchten dran und 7000 Scheinwerfer und hast du nicht gesehen. Und auch alles schön an, so dass ich dann irgendwie mit einem Ping von 500.000 da mich durch die Straße na, früher haben wir gesagt, der Vögel die Straße. Entschuldigung für den Ausdruck, aber Leute, die das schon gesehen haben, wissen, was ich meine. Ja, und dann legen die an einem vorbei und hast du nicht gesehen. Ich meine, da kann dann keiner was dafür. Aber teilweise ist es dann echt schon penetrant. Und wenn du dann solche Raser hast, das sind dann die Momente, wo du teilweise ganz schnell die Lust am Multiplayer wieder verlierst. Ich habe vorgestern, ja, bis das dann immer abgestürzt ist, habe ich dann schon ein bisschen in den Multiplayer gefahren und da hat es gleich wieder Spaß gemacht. Die fuhren alle vernünftig und ich war auf Server 1, der war nicht so voll. Auf Server 2 ist ja wohl noch schlimmer. Und die entgegenfahren dann die Grüßen mit Lichthupe und dann wird hier mal und da mal und da wird ein bisschen Rücksicht genommen und da wird nicht irgendwie ne, noch vor die Karre, oh Gott, der will mich überholen, da sehe ich gar nicht ein. Nee, da war vernünftig, wurde da gefahren. Und solche Momente bringen Spaß im Multiplayer. Dafür ist der auch gedacht. Ja. Aber da haben es teilweise, ich will das nicht auf Länder festmachen. Ja, man könnte manchmal den Eindruck haben, dass das bestimmte Länder sind. Nee, da ist nämlich rein. Das ist mein Dagger. Dass das manchmal bestimmte Länder sind, aber es gibt immer solche und solche. Nee, das kannst du nicht, jedenfalls nicht nur auf Länder. Man kann nicht sagen, ah, die Russen machen nur Ärger. Das stimmt eben nicht. Das gibt natürliche Russen, die rumflamen oder blöde fahren. Es gibt aber genauso Deutsche und Holländer und was weiß ich nicht, die auch blöd fahren. Und da gibt es immer solche und so. Nee. Aber in einem Spielgrad, das ist ja gerne, das ist ja nicht nur beim ETS Multiplayer, das ist ja in vielen Multiplayer, so ich denke mal früher an A mal 3 altes Life zurück, dass manche wirklich irgendwo ihren Spaß da trotz ziehen, andere nur zu trollen und denen das Spiel kaputt zu machen. Dann müssen die Leute unzufrieden sein mit ihrem Leben. Aber das zieht sich auch ein bisschen durch die heutige Jugend durch. Aber davon will ich jetzt gar nicht anfangen. Rotzig, frech, nichts mehr. Alle halten sich hier, alle sind die Cuta Kings. Ich weiß nicht, ich bin jetzt 41. Ich kann sowas alles nicht mehr verstehen. Ich lasse das auch alles eine Runde sanfter angehen. Ich brauche den ganzen Stress nicht mehr. Und ich möchte halt nur an euch appellieren. Ich hoffe sowieso, dass hier keine Trolls ist zu gucken. Aber lasst es denen doch. Meinetwegen, dann geht auf einen bestimmten Server, da könnt ihr euch dann gegenseitig wegschießen. Da machen wir vielleicht ein Jeder gegen Jeden, vielleicht ein Demolition Truck Derby, keine Ahnung, ja, PvP Server. Ja, aber lasst doch die Leute, was weiß ich meine, wegen Server 1, dass man da sagt, lasst die Leute doch in Ruhe spielen. Aber man will den Leuten ja das Spiel verderben. Das wäre ja natürlich gar keine Möglichkeit und gar keine Option. Weil man will ja den Leuten, die vernünftig spielen wollen, das Spiel gerne mal kaputt machen. Ist ja eben so. So, Mannheim, Frankfurt, Köln. Wir haben noch 330 Kilometer nach Stuttgart. Schöne Schwabenlände. Gucken wir mal, wie weit Stuttgart 21 ist. Ja, also nicht wundern, ich sage schon, der Sound ist natürlich auch nicht original. Ein paar Mods habe ich da, wie gesagt, reingenommen. Ich gebe jetzt auch eins ganz offen zu. Ich will euch die ganze Zeit sagen, von wem dieses Trailer-Paket ist, aber ich komme gerade nicht auf den Namen. Also, der KI-Traffic-Verkehr ist von Jessicat auch bekannt. Wobei, ich komme, das ist mir so peinlich, ich komme bei dem Trailer-Paket nicht auf den Namen. Das hatte der Onkel Nubi damals, der hatte das ja schon ein bisschen früher bekommen, der hatte das schon vorgestellt. Aber ich komme nicht auf den Namen. Also, ich weiß ja, in die du wirst wahrscheinlich reinschreiben. Gibt es also ganz normal runterzuladen, hier die LKW-Pakete? Ich weiß nicht. Ich hätte vorher noch mal gucken sollen. Also, das sind so die Mods, die ich drin habe, ne? Keine Anbauteile, sodass ich halt im Zweifelsfall mit diesem Spielstand zur Not auch direkt in die Multiplayer könnte. Gut, dann hätte ich das mit den Root Advisor nicht mehr da oben. Aber ansonsten, und den Motorsound, aber ansonsten ist am LKW also alles original. Deswegen auch keine Beifahrerin mehr, keine Playboy-Magazine mehr, kein Kaffee mehr. Also, eine Kaffeetasse haben wir da, oder einen Kaffeepächer haben wir da ja noch, aber das ist nur der originaleste, das war eigentlich nicht so schön. Und immer Scania wollte ich halt irgendwie auch nicht mehr. Ich hätte mir natürlich auch wieder einen Scania hernehmen können und diesen mit Mighty DLC hätte ich die wieder ausbauen können. Weil beim Scania ist ja einige mehr Möglichkeiten. Ich finde das ein klein bisschen, ich will jetzt nicht diskriminieren, sagen wir auch ein klein bisschen, schade, dass es das nicht auch für andere LKWs gibt. Also, weil es ja, informiert mich, oder korrigiert mich, wenn ich da falsch gebe, es kommt ja von SCS direkt. Das war ja ein kostenpflichtiges DLC, das war jetzt nicht in die Welt teuer. Aber warum wird sowas nur bei Scania gemacht? Ich weiß, Scania ist wohl mit der verbreitetste, die verbreitetste LKW-Marke, jedenfalls im, im ETS, glaube ich, wie das im Realen ist, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich könnte mir solche Pakete auch durchaus mal für ein Mercedes, für ein Volvo, ja, für ein DAF, könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Vielleicht kommt da was bei irgendwann. Also drücke ich immer den Tempokaten nicht, oder was? Vielleicht kommt da irgendwann mal was, das wäre ja schön. Und würde ich mir durchaus auch kaufen, weil, wie gesagt, ich bin mit dem Mercedes unheimlich nicht viel gefahren, wisst du, aber das ist eigentlich auch mal ganz schön. Ja, und wenn ich mal im Internet bei diesen Truckern zu gut fahre, dann fahren, glaube ich, alle Mercedes jetzt, ne? Gerne erwähne ich da immer wieder den Truck Diary, den ich sehr gerne gucke, wobei mir in letzter Zeit, na ja, was heißt missfällt, ich finde das gerade nicht so doll, weil, ja, ich sage es ganz offen, auch wenn ich dafür viel gehätte, weil ich kann diesen German Truck Treiber, kann ich nicht mehr, ich weiß nicht, der sagt mir nicht mehr zu. Jetzt hat er letztens ein Video rausgehauen, wo er sich dann irgendwie dann über die YouTube-Überkommanderkrieger und mit Gronkh und mit Tanzverbot, dann hast du nicht gesehen. Leute, es ist immer die Richtige. Ich halte mich eigentlich aus sowas raus, aber, ja, das ist überhaupt nicht sein Metier. Da habe ich persönlich, ich habe den Eindruck, es geht ihm wirklich nur um Klicks. Und warum der jetzt immer wieder in Videos von Truck Diary auftaucht, ich meine, wenn ich mir die Kommentare so durchlese, die meisten gefällt, das ist alles in Ordnung. Mir persönlich gefällt es halt nicht. Ja, ich weiß, ich bin da absolut unerheblich, das ist ganz klar, ich finde es aber schade. Und insofern, keine Ahnung, als wüsste ich. Ich habe den GTD am Anfang, so den ersten Teil, fand ich nochmal ganz witzig. Aber ich persönlich habe den Eindruck, irgendwann ging es dann nur noch um Klicks und um eingetragene Marke hier und das ist mein Fanshop da und ich mache jetzt noch Videos von anderen und ich mache jetzt ein Video zu dem Thema und hast du nicht gesehen. Wie gesagt, den Vogel abgeschossen hat dieses Video zu. Der allgemeinen YouTube-Situation. Ist ja modern, was heutzutage jeder ein Video zur YouTube-Situation macht. Das ist wie vorher die roten Kreise. Irgendjemand hat mal gesagt, im Summnel sind rote Kreise. Schon haben alle ein Video gemacht, wie schrecklich, dass sie so rote Kreise im Summnel so haben. Ja, dann hat irgendwann, man hat Gronk mal ein Video gebracht, wie das auf der Gamescom war und schon springen sie da alle sofort wieder auf und jeder Hans und Franz macht ein Video. Och ja, das ist ja alles so. Und dieser Beef, dieser fürchterliche Beef, wir hassen ja alle Beef, aber jeder springt da drauf und jeder fängt, oder fast jeder fängt mit dem Satz an, eigentlich mische ich mich in sowas ja nicht ein. Ja, und bom, hauen sie wieder ein Video dazu. Und dann noch die Leute, die da so gar nichts mit zu tun haben. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, man springt so ein bisschen auf den Tanzverbot-Zug ein. So, in der Erwartung auch demnächst kommt bestimmt eine Tanzverbot-Ansage an GTD. Ja, hol ich mir da doch noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit hier. Und das ist nicht mein, mein Metier. Aber ich will mich da nicht zu sehr, ähm, drüber auslassen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich hoffe, dass ihr das einseht. Ich will das wegflämen und ich will das auch keinem wegsprechen. Ich weiß, dass er auch nach wie vor wesentlich Fans hat und das ist ganz klar erfolgreich. Aber man kann ja seine eigene persönliche Meinung auch mal sagen, ohne dass es gleich haten sein muss. So, wir ziehen das jetzt noch eben durch. Zum ersten Video hier nach längerer ETS-Pause wieder ein bisschen länger. wie sind wir eigentlich draufgekommen, weil wir ja, dass wir ein Mercedes-Benz-Akt rausfahren, weil sie das jetzt alle fahren, ne? Aber an sich müssen wir so ein bisschen flogen auf. Fahr weiter! Beschleunigungsstreifen! Links, rechts, geradeaus. Was ist jetzt hier los? Wir müssen auch übernommen. Wir sind doch wieder völlig übermüdet. Ich habe vorhin zu viel Zeit zugebracht, bis ich losgefahren bin. Wir müssen vorher nur einmal eben pennen. Sonst fahren wir uns gleich nicht wieder auch gefahren. Das ist jetzt schon so. Scheiße. Okay, wollte ich mal nett sein und die Leute dabei lassen. aber die brauchen sie auch nicht. Schwarz! Oh, hoffentlich finden wir jetzt einen Stellplatz. Um 16.20 könnte knapp werden, aber ich glaube, im ETS findet man immer noch ein Stellplätzchen. Ich glaube, da ist das nicht ganz so akut wie im im wahren Leben zum Glück. Obwohl das ein bisschen zur Simulation beitragen würde, dass man eventuell sagt, oh, ich muss jetzt hier dringend schlafen. Aber ich kann nicht, weil der Parkplatz voll ist. Das würde auch mal eine witzige Sache. da ist mir ein bisschen schnell drauf genascht, würde ich sagen. So, ich sage mal fix gute Nacht. Machen aber direkt weiter. so, das ist alles an. so, 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 so. So, dann hauen wir uns noch mal eben auf die letzten 160 Kilometer hin, ne? Auf jeden Fall, das ist viel zu lang, das Video eigentlich wieder mal. Aber was soll's, da jetzt so einen kleinen Gant zwischenzusetzen, wäre es auch Schwachsinn gewesen. Untertitelung. BR 2018 Hier schön durch die Nacht. 140 Kilometer haben wir es geschafft. 14 Kilometer haben wir es geschafft. Die letzten Kilometer ziehen sich ja immer, das kennen wir ja alle schon. Wir wollen ja auch nicht so rasen. So, unter 100 Kilometern. Wir nähern uns dem Ziel in Stuttgart. Im Spiegel sehe ich jetzt gar nichts. Ich ziehe einfach mal rüber. Ich baue einfach mal drauf, dass ich Scheinwerfer sehen würde, wenn da was wäre. Nicht verzagen und nicht fragen. Einfach denken. So muss das sein. Hier ist der Tunnel. Wir müssen unsere Flurförderfahrzeuge rechtzeitig nach Stuttgart kriegen. Aber bisher haben wir noch keine Einblendung, dass der Termin knapp wird. Insofern gehe ich einfach mal davon aus, dass wir rechtzeitig da sein werden. Mal schauen, dass wir das hier im Dunkeln irgendwo eingeparkt kriegen. Hoffentlich wird es nicht so kompliziert. Ich habe jetzt vergessen zu gucken, wo das hingeht. Tradoix ist, glaube ich, im Standardspiel dieser dämliche Hof, ne? Ich weiß, auf der TSM-Map mit Anpassung ist es immer Bosch. Das ist dieser Hof, den kennt ihr auch. Da geht es durch so einen Turbogen rein und raus. Unangenehm. Irgendwie unangenehm. Und ich glaube, das ist im Standardspiel Tradoix oder Tradoix. Irgendwie sowas. Ja, wir schauen einfach mal hin. Nun zunächst, wir fahren Terminfrast in allerer Länder. Auf uns ist Verlass und wir sehen natürlich zu. Wir stellen ihnen den Aufleger hin, wo immer sie das möchten. Vorwärts, rückwärts, seitwärts. Irgendwie immer gewünscht. Oh, ich habe auch gar keine Fahrerschilder. Fällt mir gerade auch rum. Wir müssen uns dringend Fahrerschilder zulegen. Wir wollen auch wissen, wie wir das hier zu tun haben. Ja, für die ganzen Losanrufe hinterher. Ihr Fahrer, Blue Eyes, war echt der tollste, netteste, sympathischste und bestaussehendste. Sympathisch, attraktiv. Das alles halt Fahrer, den wir je gehabt haben. Bitte schicken Sie ihn wieder. So. Sieht ja auch so, ne? Ja. So, jetzt sind es die ja noch 30 Kilometer. So. Stuttgart steht angeschlagen. So. 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 Wir schleichen vor uns vor dem Herrn hier. So, herzlich willkommen in Stuttgart, meine Herrschaften. Wir wollen mal schauen, wo wir hier hin müssen. In Stuttgart ist das Leben hart, habe ich gehört. So, Fragezeichen fahren wir dann noch mal ab, wir sind schon bei über 40 Minuten. Super langes Video heute mal, aber gab ja auch ein bisschen was zu erzählen. Das schaffen wir noch, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Wir machen einfach die Augen zu, dann sehen wir es nicht. Das war niemals im Leben war das rot. Dann gehe ich aber gegen an, gerichtlich. Mal gucken, wo wir hier hin müssen. Ihr müsst das eventuell vor Gericht bezeugen, ihr habt alles gesehen, das war eindeutig kirschgrün. Mal gucken. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020